Herzlich willkommen im Hotel am Feldmarksee. Unser Wohlfühlhotel bietet unseren Gästen eine zweite Heimat im Herzen des Münsterlandes, direkt an der 100-Schlösser-Route. Alle unsere Zimmer sind modern eingerichtet, verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche, kabellosen Internetzugang und einen Fernseher. In den komfortabel ausgestatteten Räumen können Sie sich wie zu Hause fühlen. Unser Küchenchef serviert Ihnen abends kulinarische Spezialitäten aus der Region. Edle Weine oder ein kühles Bier vom Fass runden jede Mahlzeit ab. Mieten Sie unseren Festsaal für ganz besondere feierliche Anlässe, Ob runder Geburtstag, Taufe oder Jubiläum, hier können wir bis zu 120 Gäste in gemütlicher Atmosphäre kulinarisch verwöhnen. Egal ob Sie bei uns Urlaub machen oder einfach einen gemütlichen Abend mit Freunden verbringen möchten, wir beraten Sie gerne, damit Ihr Aufenthalt unvergesslich wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.